Für den Thriller Rip werden Matt Damon und Ben Affleck wieder zusammen vor der Kamera stehen. Regie und Drehbuch stammen von Joe Carnahan, bekannt für Smokin' Aces und The Grey und der Film soll im Herbst gedreht werden. Über die Handlung wurde noch nichts verraten. Affleck und Damon werden Rip auch über ihre Firma Artists' Equity produzieren. Das Duo produzierte kürzlich den Film Air Jordan, bei dem Affleck Regie führte, und spielte darin die Hauptrolle. Artists' Equity hat mit Lionsgate einen Vertrag über Small Things Like These mit Cillian Murphy in der Hauptrolle abgeschlossen. Zu den kommenden Projekten von Artists' Equity gehören eine Fortsetzung von The Accountant und Unstoppable mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. Affleck und Damon gründeten Artists' Equity, um mehr Schauspielern und Crewmitgliedern eine Gewinnbeteiligung zu ermöglichen und bauten rasch eine beeindruckende Liste von Projekten auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017